In den letzten Wochen ließ der Sommer ein wenig zu wünschen übrig, doch nun zum Start in den ersten Herbstmonat dreht er nochmal auf und damit begrüße ich Sie ganz herzlich hier zum Wochenwetter für die Sport- und Vitalregion Aachensee. In der letzten Augustwoche gab es zwischendurch auch mal längere freundliche Abschnitte, ein paar davon hat unsere Livecam am Zwölferkopf für Sie eingefangen. Der Dienstag wird dagegen etwas wolkiger. Ganz vereinzelt kann es da sogar mal leichten Regen oder etwas Niesel geben und zudem ist es doch recht frisch. Die Temperaturen steigen nur auf 10 bis 13 Grad, in Wiesing gibt es immerhin maximal 17 Grad. Da bleiben wir doch lieber mal im Tal und gehen in die Aachenseer Museumswelt. Das ist quasi ein Dorf im Dorf und hier können Sie sich auf Zeitreise durch das Achental begeben. Dabei erfahren Sie alles über Brauchtum, Arbeits- und Lebensweise der Achentaler Bevölkerung. Am Mittwoch geht es zunächst noch mit vielen Wolken weiter. Im Tagesverlauf setzt sich allerdings immer besser die Sonne durch und es wird auch spürbar wärmer, ja richtig spätsommerlich mit bis zu 22 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag scheint häufig die Sonne. In den Nachmittagsstunden müssen wir jedoch mit einzelnen Schauern oder auch mal mit einem Gewitter rechnen. Das sind aber wirklich nur vereinzelte Regengüsse und somit können wir ruhig mal wieder die Wanderschuhe schnüren. Dabei bietet die Region Aachensee von Montag bis Freitag kostenlos geführte Wanderungen für jede Schwierigkeitsstufe. Ja und die ausgebildeten Wanderführer verraten uns zudem einiges über die heimische Flora und Fauna. Am besten eignet sich dabei der Donnerstag für eine Wandertour. Es wird nämlich recht warm. Sogar in 2000 Meter Höhe steigen die Temperaturen bis auf 14 Grad und es scheint da auch lange Zeit die Sonne. Es empfiehlt sich allerdings früh zu starten, denn im Laufe des Nachmittags steigt dann das Risiko für Schauer und sogar für einzelne Gewitter. Am Wochenende werden die Schauer und Gewitter allmählich weniger. Es bleibt dann vor allem am Sonntag und am Montag oft trocken bei einem netten Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt auch spätsommerlich warm mit 21 bis 23 Grad. In den Bergen gibt es rund 13 Grad. Somit gibt es am Wochenende auch perfekte Wetterbedingungen für den 15. internationalen Aachenseelauf, Österreichs schönster Panoramalauf. Am Samstag, den 6.9. sind erstmal die kleinen Läufer dran. Zudem gibt es da noch den Fitnesslauf über zehn Kilometer. Am Sonntag folgen schließlich der Hauptlauf über 23,2 Kilometer und der spannende Staffellauf und damit wünsche ich Ihnen jetzt sportliche und schöne Spätsommertage am Aachensee. .